Notärzte behandeln einen Surfer im Westen Australiens. Ein Hai hat dem Mann ein Bein abgebissen. Der Lokalreporter Nathan Hondros war kurz nach dem Unfall vor Ort. Ein paar Jungs mit Longboards brachten ihn zum Ufer. Er sah nicht gut aus. Die Menschen um ihn herum brachen in Tränen aus. Es waren wirklich Szenen der Verzweiflung. Der 29-jährige Ben Goering surfte gerade am Falcon Bay Beach, rund 80 Kilometer südlich von Perth, als der Hai in Angriff. Nach Medienberichten könnte es ein weißer Hai von mindestens drei Metern Länge gewesen sein. Der verletzte Surfer befindet sich in einem kritischen Zustand. Der Falcon Bay Beach wurde abgesperrt.